Ja hallo, ich bin der Hans-Jörg Jaufenthal, Standortleiter am MC Campus in Lienz. Hi, ich bin die Ebenberger Vanessa. Ich bin die erste Anlaufstelle für unsere Studenten hier am Campus Lienz. Die Eröffnung heute bedeutet natürlich für das MCI, dass wir mal an einen Etappensieg eingefahren sind. Wir haben jetzt 20 Studierende, wir sind super happy. Mein Name ist Niki Kunater. Es freut mich, dass ich mit diesem Wintersemester 25 mit einen Teil der Lehrenden bilden darf in Lienz und entsprechend finde ich es extrem wertvoll, dass wir endlich diese Möglichkeit in Osttirol haben, dass wir mit dem MCI auch jemanden haben, der von akademischer und wissenschaftlicher Seite Expertise mit nach Osttirol bringen kann. Der MCI Campus in Lienz ist glaube ich für die Innovationskraft in Osttirol wahnsinnig wichtig. Wir versuchen auch junge Leute, talentierte Leute nach Osttirol zu bringen und versuchen die natürlich auch in die Betriebe zu verankern. Ich freue mich dieses Jahr am meisten viel neues Wissen zu lernen und auch die gemeinsamen Ausflüge, die vom MCI organisiert werden und die Freizeitaktivitäten besser kennenzulernen von Lienz zu erkunden. Ich finde den Campus Lienz, das Gebäude an sich, architektonisch sehr besonders und wunderschön eingebettet in unsere Natur hier in Osttirol. Ich habe mich auch fürs MCI entschieden, weil es einfach eine sehr gute Hochschule ist. Mich hat auch das Auslandssemester sehr begeistert und einfach diese Praxisorientierung, die man sonst nicht findet. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!